Hey Leute und herzlich willkommen im Filmclub. Heute mal wieder mit einer richtig schönen aktuellen Verlosung. Und zwar zum Kinostart von Sing Street haben wir ein richtig tolles Fanpaket für euch zu verlosen, das ihr abstauben könnt und umsonst diesen Film auch ansehen könnt. Den Film haben wir auch schon gesehen. Er startet ja am 26. Mai im Kino. Die PVs waren ja schon ein bisschen früher. Und er ist wirklich ein echt toller Feel-Gut-Movie geworden. Kann man sich sehr schön ansehen mit Familie, mit Freunden, mit fester Freundin. Also es ist wirklich für jeden was dabei und sowieso noch mehr für die 80er-Generationen, die sich da noch wieder so ein bisschen in alte Zeiten zurückversetzt fühlen können. Den Soundtrack, den wir auch verlosen, da sind ja auch ein paar alte Hits von Holland Oates, Aha, und Joe Jackson, noch ein paar andere mit drauf. Und von daher ist das ein echt toller Film irgendwie für jeden ist halt was dabei. Nun kommen wir zur Verlosung. Wir haben nämlich nicht nur zwei Freikarten zu verlosen. Also erstmal könnt ihr euch den Film natürlich dann ansehen mit einem Partner oder einer Partnerin. Dann habt ihr noch dazu den Soundtrack. Das heißt, wenn euch der Film so gut gefallen hat, könnt ihr euch danach auch noch mal den Soundtrack reinziehen, wenn ihr den Film dann gesehen habt. Und obendrauf, wenn ihr da auch noch so Sing-Street-Fans seid wie wir, könnt ihr nämlich auch mal das Plakat euch aufhängen. Ist auch noch ein ganz nettes Gimmick. Finde ich auch richtig cool, das Plakat. Und das könnt ihr sozusagen gewinnen. Das ist ein Fan-Paket. Und dafür müsst ihr eigentlich nichts weiter tun als wie gewohnt. Eine E-Mail schreiben an filmclub.fl at gmail.com, in der ihr uns erzählt, welches euer Lieblings-80er-Hit ist und warum. Die Verlosung läuft wie immer eine Woche. Ihr müsst auch Abonnent des Kanals sein, denn natürlich ist die Verlosung in erster Linie hier für die Abonnenten. Deshalb sollte man schon Abonnent sein, um an der Verlosung teilzunehmen. Und das war's eigentlich. So einfach ist es im Prinzip. Nur eine E-Mail schreiben, in der ihr begründet, was euer Lieblings-80er-Hit ist und warum. Und dann nehmt ihr auch schon an der Verlosung teil und könnt echt die wunderschönen Freikarten und den wunderschönen Soundtrack im Prinzip das tolle Fan-Paket zu Sing-Street gewinnen und euch den Film umsonst ansehen. So, ich bin dann mal raus. Das war's für heute. Wenn euch diese Verlosung gefallen hat und ihr mehr Verlosungen sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Sonst könnt ihr euch gerne noch in der Infokarte ein paar Videos klicken. Und ich hoffe, ihr schaut mir auch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin, euer Lu. Bis dahin, euer Lu.